Hallo Sebastian. Das war's alles so. Hallo, herzlich willkommen in Schwentienthal. Ich bin Ralf Buchner, Geschäftsführer der Buchner & Partner GmbH und wir wollen heute untersuchen, warum wir mit Fachkräften ganz gut aufgestellt sind und warum Leute bei uns gerne arbeiten. Und das eben war ein Beispiel, wir haben Parkplätze für alle, es gibt überhaupt kein Problem hier morgens zur Arbeit zu kommen und auch die Azubis kriegen ihre Tickets dafür. Insofern, der Start ist schon mal gemacht. Mal sehen, wie es weitergeht. Moin. Moin Gina. Na, warum bist du schon hier? Nun kann ich früher nach Hause gehen. Okay, cool. Jenny, was machst du hier? Kindergeburtstag, Kinder gehen vor. Okay, stimmt. Kinder gehen vor, das ist eine Regel bei uns im Haus, die bedeutet, dass wir jede Besprechung und jede Aktivität unterbrechen, so wie das irgendwie geht, wenn Kinder anrufen. Das führt dazu, dass alle Eltern ganz glücklich darüber sind, dass sie wissen, ihren Kindern geht's gut und das habe ich mal eingeführt, weil ich selbst die Kinder habe und das mir auch hilft, besser arbeiten zu können und konzentrierter zu sein. Das ist schick. Und flexible Arbeitszeiten helfen auch, insofern sind wir auf einem guten Weg. So, jetzt muss ich mich um Zahlen kümmern, das ist ein bisschen blöd, aber als Chef muss man sich natürlich auch um die Details seiner Firma kümmern. Moin Lutz, alles klar? Aber die Zahlen sehen krass aus, wir sind voll im Plan. Muss ich was machen? Nein. Okay, super. Das, danke. Das schafft mir Freiraum. Mal sehen. Was wird noch so passiert? Oh, hi Katja. Willst du das unterschreiben? Nö, das kannst du selbst machen. Hey, wunderbar. Das kannst du wunderbar machen. Viel Spaß. Okay, also das muss ich auch nicht machen. Dann kann ich ja gucken. Hi. 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 Okay. Hi Becci. Ja, das ist Rebecca. Haar zu Wiener im Marketing und hatte Skript für diesen Dreh hier maßgeblich beeinflusst und das ist, wie wir versuchen zu arbeiten. Hi. Wir versuchen, das hinzukriegen, dass alle wissen, worum es geht und welche Ziele wir erreichen wollen. Und dann ist mein Job sozusagen, diese Ziele einmal zu formulieren und draus zu arbeiten und allen Leuten die Methoden und die Arbeitsmittel in die Hand zu geben, mit denen sie diese Ziele erreichen können. Und das möglichst selbstständig. Und das lasst mich als Chef und ich kann Pause machen. Das mache ich auch jetzt. Mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Kaffee kriege. Hi. Hi. Stichwort Kaffee. Kaffee. Du bist großartig. Okay. Aber machen wir uns nichts vor. Diesen Kaffee bringt Enke mir nur für diesen Dreh. Normalerweise leitet sie unsere Buchhaltung. Aber auch gerne bringe ich dem Chef Kaffee. Hi. Super. Danke. Dann viel Spaß noch vom Arbeiten. Danke dir auch. Das ist verdammt viel Kalorien, so ein Lache Macchiato. Deshalb nehme ich dir das auch viel lieber ab und lass dich ein bisschen Sport machen. Sport. Wir machen Betriebssport. Und das gehört echt nicht zu meinem Liebling, aber ein Großteil unserer Mitarbeiter nutzen die Möglichkeiten zum Betriebssport. Was machen wir hier? Burpees weit. Genau das richtig geht für dich. Was ist Burpees? Ich zeig's dir kurz. Du machst das nah. Und streck rum mittenlang. Und streck mit nach. Und das ohne Sportsachen. Ihr seid so schnell, Jungs. Okay, okay. Okay. Also Personal Training. Segeln, Rudern, Laufen. Da gibt's schon eine Menge, was wir hier machen können. Hi, Oli. Moin, Ralf. Tschüss, Juni. Tschüss. Jetzt was los? Hallo, Hummel. Hallo, Wicke. Na? Hallo, Hummel, wie geht's dir? Wenn wir die Runde mitzählen, dann haben wir 10% mehr Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz sind. Auch ganz nett. Beruhig zum Unterhalter, ne? Oh, extrem. Oh, das ist Patrick. Und er kann jonglieren. Und siehst du mal ab? Na klar. Okay. Das ist Obst, danke. Das ist Obst für alle Mitarbeiter und Düsse. Und die Äpfel will ich jetzt mal verteilen. Mal gucken, wie es noch schmeckt. Viele tausend Pakete werden regelmäßig von hier aus losgeschickt. Und die Jungs hier, die sind stark und brauchen Energie. Hier. Danke. Und darüber freuen sich unsere Kunden und wir sind auch ganz glücklich. Ha! Und deswegen lohnt es sich für uns zur Arbeit. Kommt einfach mit ins Team.